So, jetzt mal was man ganz selten sieht, ein Melanistic Rotwild und ja, soll nur ganz kurz werden, deswegen werde ich jetzt mal schießen. Ach, wie viel sind denn das? Das lag, also, ich hoffe, dass bei dir was langkommt. Michelle? Ja, ich bin froh. Das war jetzt mal so... Oh, eine kurze Aufnahme. Ach so scheiße. Wir sind gerade hier nur im Kreis gelaufen und haben sich Melanistic gesucht, nur da liegt es jetzt letztendlich. Ach, oh, oh, oh. Wie weit nützt denn? Melanistic Rotwild, geil, auch weil es nicht die längste ist, aber... Jetzt musst du dir mal reinziehen, wie das aussieht, ey. Weißt du, du? Lebermagen. Das Anne hat aber anders ausgesehen, was ich gesehen hab. Ha! Ich hab's gar nicht gesehen, ich hab... Ey, ich hab mich schon gesagt nach, was geht denn da lang? Dann hab ich's gesehen, haben das schon lange verfolgt, jetzt das Stück. Und er hat uns viel, viel Überwindung gekostet, jetzt hier, dass man es endlich zu finden. Scheiße. Ich glaub... Psch, neben mir geht's. Ach, das bist du, Michelle. Oh, 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 oh. Ich dachte, das geht ja noch so lang. Oh, 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 geil. Geil. Gut, okay, aber es war noch... Ich spiel noch kein... Noch bin ich gar nicht vergrüßt. Aber es war noch eine kurze Aufnahme. Ich hab gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss.